Das ist eine abgehackte Sache, Alhamdulillah. Aber die Schiiten, sie sagen, alle Gefährten nach dem Sterben des Propheten, sind in ihren Felsen zurück. Das heißt, sie haben den Rücken gegeben und sind Kuffar geworden, außer zwölf. Zwölf für sie sind, was? Sind die Gläubigen. Alle anderen, Omar, Abu Bakr, waren nur Heuchler. Später sind sie sowieso Kuffar geworden. Aisha, Kafir. Usman, Kafir. Muawiyah, Kafir. Für sie ist das alle. Und wer ist Muslim? Wer ist Muslim noch geblieben? Sie sagen, erst mal die sechs von seiner Familie. Also, wer ist seine Familie? Also, sein Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud und Al-Abbas selber. Und Al-Fadl ibn Abbas. Und dann gehen sie Salman in den Felsen. Par und Zwölf und das war's. Alle anderen sind für sie Ungläubige, und Ayyaduillah. Was sagt Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, zu seinen Sahaba. Er sagt bei Allah, der sie liebt, er ist gläubig. Und nur ein Heuchler, der sie hasst. Nur ein Heuchler, der meine Gefährten hasst, der sie liebt, Allah wird ihn lieben. Und der sie hasst, Allah wird ihn hassen. Hast du keine Angst, wenn du Umar beschimpfst und beleidigst, hast du keine Angst, wenn du Abu Bakr beleidigst, aufgrund paar Bücher, ich nenne sie Geschichtenbücher. Geschichtenbücher. Die wurden erzählt über Schlachten und verschiedene Probleme unter den Sahaba. Jetzt machst du dein Vertrauen auf Erzählungen von Geschichten. Und darauf baust du ein Urteil, dass du die Sahaba beschimpfst. Bist du sicher? Also ich bin mir nicht sicher. Besonders wenn Streit und Leute hier eine Partei, hier eine Partei, wird zu viele Lügen erzählt. Das ist kein Hadithbücher, das ist mehr Geschichtenbücher. Ja? Und deswegen passen wir auf. Wir sagen, diese Sahaba, sie waren auch Menschen. Sie haben auch Fehler gemacht. Ja? Oder sind sie fehlerfrei? Perfekt. Geht nicht. Sie haben auch Fehler gemacht. Sie sind auch Menschen. Wir lieben sie trotzdem. Warum? Weil ihre Fehler vor ihrem Mehr von guten Taten verschwinden. Die bleiben nicht zu sehen. Sie haben ein Mehr von Hassanat. Und ein paar Fehler. Es gab von Sahaba manche, die haben auch Alkohol getrunken und wurden dafür extra gepeitscht. Aber trotzdem hat Mohammed Sassam sie geliebt. Einer, der wurde beschimpft. Möge Allah dich verfluchen. Immer kommst du wegen Alkohol. Immer kommst du wegen Alkohol. Mohammed Sassam war was? Sehr zornig darauf. Er sagt bei Allah, ich bin Zeuge, dass dieser Mann Allah liebt und den Gesandten liebt. Er gab ihm ein Zeugnis. Obwohl er was? Alkohol getrunken hat. Es geht hier nicht. Er macht Fehler. Aber vielleicht ist er im Herzen aufrichtig. Ein Tugendhafter. Und nur, weil sie jetzt einander bekämpft haben. Okay, es gab Probleme und es gab Munafiqun. Heuchler untereinander. Heuchler von Al-Iyabr, von Khawarij und von Nasiba. Und begannen rein in den Reihen von Sahaba und haben Zwietracht gemacht. Und deswegen wir sagen alles radiyallahu anhum Ajma'in und die Einzelnen, die jetzt bei Allah wird sie zur Rechenschaft ziehen. Aber wir, wir sagen radiyallahu anhum und Ardah Allah ist Wohlgefallen auf die Sahaba und der von ihnen einen Fehler gemacht hat, möge Allah ihm das verzeihen. Und der was Gutes gemacht hat, möge Allah ihm belohnen. Ist das nicht schön? Oder lass uns bohren, bohren, bohren in der Geschichte, damit wir uns zerstreuen. Hier, 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 Leute, Leute, lasst die Geschichte. Das sind unsere U, 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 Eltern. Sie sind gestorben. Sie sind gestorben. Warum bohren wir weiter? Kommt zu einem gemeinsamen Weg. Wie lautet dieser gemeinsame Weg? Dass wir sie lieben, weil Muhammad Sassim uns sagt, der sie liebt, Allah liebt ihn. Und der sie hasst, Allah hasst ihn. Lass uns sie lieben. Lass uns sagen, radiyallahu anhum, und lass uns für sie beten, ja Allah, vergebe ihnen ihren Fehler. Ist das nicht schön? Ist das nicht besser als? Er ist in Hölle. Er ist wal'iyabillah in das. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und das ist unser Problem mit Schia, Leute. Schia, sie bohren an der Geschichte und hängen immer noch an 1400 Jahren. Wir sagen ihnen, hallo, kommt runter, hallo. Lass uns alle Brüder zueinander sein. Haben wir einen Koran, der uns zusammen einigt? Wir haben eine Sunnah, die mit dem Koran harmonisiert und nicht widerspricht. Zusammen. Dann lass uns darauf basieren. Nein. Nein. Aisha ist für sie eine Hure. A'udhu billah. Wallahi in Libanon, wallahi. Fragt mal die Libanisen, die aus den schiitischen Gebieten, wenn eine Frau beschimpft wird, ein Mädchen von, du Aisha, du Aisha, das heißt, du so und so, Hure. Aisha bei ihnen, das meine ich auch dazu. Ist das eine Ehre? Und Aisha, radiallahu anha, die letzten 15 Tagen des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, er lag mit seinem, mit seinem Kopf auf ihren Schuss. Und sie nimmt Ud al-Araq mit ihrem Speichel und macht sie ihm auf seinen Mund. Sie sagt, Wallahi, mein Speichel war mit seinem Speichel in den letzten Momenten. Und er sagt, lasst mich bitte bei Aisha sein. Er geht zu allen seinen acht Frauen und er sagt ihnen, bitte lasst mich bei Aisha. Und er hat das bevorzugt, bei ihr zu sterben. Das ist die, und Aisha, die über die Tausende von Überlieferungen überliefert hat. Was sollen wir mit diesen Tausenden Überlieferungen machen, wenn sie jetzt, ich kann das Wort nicht sagen, so ist. Sollen wir sie einfach wegschmeißen? Dann haben wir einen Teil der Religion einfach weggeschmissen. Und deswegen sagen wir, kommt zu euren Vernunft und lasst die Geschichten, da wurde so viel Lügen erzählt, da wurde so viel Hass gemacht und wir wollen diesen Hass nicht. Wir wollen zusammen einander lieben für Allah subhanahu wa ta'ala und Wohlgefallen und Zufriedenheit auf die Sahaba machen und der von ihnen Fehler gemacht hat, wir beten für ihn, statt dass wir ihn verfluchen. Wir beten für ihn. Er war Muslim. Er glaubte an Allah am jüngsten Tag, glaubte an Muhammad subhanahu wa ta'ala er betete, er fastete, er pilgerte und er bleibt Muslim. Auch wenn er getötet hat, er bleibt Muslim. Er bleibt Muslim. Und Allah subhanahu wa ta'ala nennt, und wenn zwei Scharen der Gläubigen sich bekämpfen, dann stiftet Frieden untereinander. Wer hat er sie genannt? Gläubigen. Wenn zwei Scharen der Gläubigen sich bekämpfen. Es kann sein, dass Gläubige sich bekämpfen. Was passiert jetzt in verschiedenen Orten in Irak und so und auch in den Jazair, in Algerien und so. Das sind alle Gläubige. Muslime und Muslime. Aber es gibt Probleme untereinander. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen von Groll und Neid und Hass reinigen. Möge Allah uns hohe Charaktereigenschaften geben und schenken. Möge Allah uns eine gute Erziehung geben. Möge Allah unsere Zungen reinigen. Möge Allah die Liebe unter uns stärken. Möge Allah uns von denjenigen machen, die einander um Allahs Willen lieben. Möge Allah uns von denjenigen machen, die unter seinen Schatten am Tag der Auferstehung sein werden. Möge Allah uns die Abrechnung am Tag der Auferstehung erleichtern. Möge Allah unsere Waageschalen voll mit Hassanat machen. Möge Allah uns alle unsere schlechten Taten löschen und für immer löschen, dass wir sie niemals sehen. Möge Allah uns verzeihen. Ja Allah du bist der Allverzeihende. Du bist der Allvergebende. Ja Allah und wir sind deine Diener. Deine schwache Diener. Wir brauchen deine Hilfe und wir brauchen deine Barmherzigkeit. Ja Allah lasse uns nicht in Stich. Ja Allah lasse uns nicht fallen. Ja Allah lasse uns nicht schwächer werden. Ja Allah gib uns deine Barmherzigkeit. Ohne deine Barmherzigkeit, ohne deine Vergebung werden wir in die Irre gehen. Ohne deine Vergebung werden wir zu den Höllenbewohnern sein. Ja Allah ja Allah schreibe unseren Namen heute noch heute unter den Paradiesbewohnern. Ja Rabbi schreibe unseren Namen und alle Namen von den Anwesenden und von denjenigen die uns hören schreibe unseren Namen alle von den Paradiesbewohnern. Von denjenigen die eine leichte Abrechnung bekommen. Von denjenigen die Muhammad sehen werden sehen werden und von seinen Händen trinken werden. Ja Allah einige uns. Ja Allah einige diese Ummah. Ja Allah wir nehmen Zuflucht bei dir vor jeder Zerstreuung und Zerspaltung. Ja Allah einige uns. Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Amin und Barakallahu Fikum für das Gute zu hören. Möge Allah euch und eure Schritten belohnen und segnen.